Musik Also gut, Planänderung. Okay, nehmen wir die anderen Pfeile. Yes, unseren ersten Beelmuth. Da kommen sie. Kristallgeflecht, Beelmuth, Sinse. Okay, ich habe wieder nichts frei, oder was? Es ist doch Wahnsinn, ey. Es ist doch echt Wahnsinn, dass man so wenig Platz hat. Tutanknochen hier, Metallgefäß. Komm, das kann weg hier. Ja, Kristallgeflecht haben wir. Wir sind natürlich jetzt wieder ohne unser Vieh unterwegs. Aber naja, gut. Komm, wir lassen sie jetzt mal Beelmuth sein. So, dann gehen wir weiter. Da ist bald ein Händler, das ist gut. Schattenschleuder, Schattenkrieg, Schatten, Scharfschuss, Bogen. Wäre schon ganz geil. Da brauche ich aber ein Sägezahnherz. Habe ich nicht. 800 Metallscherben ist kein Punkt. Schattensprengschleuder, Schattenrassler. 950 Fuchshaut fehlt uns immer noch, ne? Sägezahnherz, verdammt. So, okay, pass auf. Weg damit. Brauchen wir ein bisschen Money. Schlagsteinherz, Plündererherz, Wildschweinhaut lassen wir mal. Die Linse lassen wir auch. Die hier können wir verkaufen. Schnappmaul, Plündererlinse, Breitkopf, Lanzenhorn, Säbezahn. Okay, erstmal kaufen. Kostet uns immer noch diese blöde Fuchshaut, ne? Das ist so zum Kotzen. Jetzt haben wir, was ist mit den Waffen? Da kommen wir nicht dran, ne? Karja, Seilwerfer, Scharfschütze, Rassler, Kriegsbogen. Kramplerherz. So, vielleicht können wir ein bisschen was bauen. So, pass auf, da haben wir da und da müssen wir hin. Damit können wir das Gebiet hier sicherer machen. Okay, pass auf. Leichter Akku. Alter, 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 Brrr, Brrr, Stopp, 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 Stopp. So, warte, wir müssen... ...hier hin. Ja, erstmal safen, va? Dann holen wir uns das Lager. Safen. So, und jetzt holen wir uns das Lager. Genau da, wo er gesagt hat. Seilwerfer, okay, brauche ich nicht. Keine schlechte Auswahl. Das wird zum Einsatz kommen. Warum tust du das? Weil du... Seilwerfer, doch. ...haben sollst. Gute Jagd. Seilwerfer, Alter. Das ist so weit oben. Wir reden später. Warte. Oh, verdammt. Jetzt haben wir den Seilwerfer. Warte mal kurz. Ähm. Diese Waffe wird benutzt, um Maschinen am Boden festzubinden und bewegungsunfähig zu machen. Der Angriff auf eine gefesselte Maschine verkürzt die Zeit, die sie bewegungsunfähig bleibt. Größere Ziele erfordern mehr Seile. Kann modifiziert werden. Alles klar. Abriss. Warum nicht? Oh, der brennt. Oh, wollte ich gerade sagen. Der brennt ganz schön. Aber es ist das Teil. Ähm. Dann gehen wir mal gucken hier, was wir hier machen können. Ob wir hier kleeren können. Feuerbrüllrücken. Okay. Nein, dann machen wir den mal weg. Okay, das war's mit dem Schleichen. Ja, ohne Schleichen. Ja, warte. Ja, warte. Okay, komm. Ich weiß gar nicht. Was ist da? Schlecht. Okay. Er kommt doch durch. Kommt. Shit. Shit, 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 shit. Shitte. Kacke. Ich will das Gebiet kleeren. Ich muss es nicht machen, aber ich kann es machen. Und ich denke mal, das ist nicht schlecht, wenn wir das machen. Was ist denn das da? Boah, die Welt ist so riesig. Ich wünschte, ich hätte Sprengpfeile, ne? Feuerdraht, okay. Will man auch Spreng? Ja, Sprengdraht. Dann machen wir es mal professionell. Dann setzen wir uns mal ein paar Sachen rein. Ah, verdammt, ist gerissen. So, dann machen wir uns mal eine Todeszone. Für später. Okay. Todeszone? So, da wollen wir die clearn. Wir werden jetzt hier alles verdrahten. Wie bei, ähm, kennt ihr noch Predator? Da haben sie auch den gesamten Bereich vermimt. Das mache ich jetzt auch. So, hier wird's ordentlich, hier wird's ordentlich Bums machen. Ja, komm ruhig. So, ich denke mal, ich bin bereit. Ja, komm. War der gut? Ja. Ja, springen wir ruhig weiter rein hier in die Fallen. Ja, ich hab was für euch. Der rennt auch rein. Wunderbar. Ja, sehr gut. Brenn, Baby, brenn. Sagt er, brenn, Baby, brenn. Nicht ich, dass ich brenne. Na ja, ich hab auch hier was für dich. Komm, brenn, Baby, brenn. Ich hab auch was für dich. Schön verminten Hügel. Ja, das reicht. Das reicht erst mal. Oh, der ist dauer. Oh, der ist dauer. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Komm hier, komm zur Bombe. Na, Feiglinge. Nicht abhauen. Er hat gesessen. Na, komm. Er hat doch nicht so feige. Kämpfen. Kommt ins Minenfeld. Na, komm, brenn. Kannst auch gerne mal in mein Minenfeld kommen. Komm, 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 komm. Keine Munition. Ist leider schon dunkel. Gut, dass ich das gefunden hab. Ich will das Feld hier frei haben. Komm, 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 komm. Wow, 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 wow. Einer hat's alledisch. So schnell, die Viecher. Alter. Boah, wir haben ihn aber. Alter Falter. Gab mal einen fetten Level ab. Verderbnisschutz, Metallbrand, Metallscherben, etc. Das hat sich gelohnt hier. So, das ist gut für uns. Jetzt können wir nämlich weitergehen. Panzerwanderer-Areal, okay. Zurück zum Leuchtfeuer. Nochmal aufmunitionieren, wenn möglich. Okay, da fehlt uns noch Zeugs. Zünder haben wir genug. Okay, dann mal los. Mir liegt noch was. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Mhm. Zum Beispiel jetzt. Ach, da ist unser Teil. So, gleich mal speichern. So, und jetzt. Gehen wir nach oben. Warte, halt. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Alter, das ist schon okay. Das ist egal. Oh. Oh. Die Eklipse und verdorbener Maschinen. Sie arbeiten zusammen. Keine lustige Familie. Das war irgendwie dumm. Eine Explosion. Ich sehe gar nichts. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Quatsch, Mann. Oh, ich habe kein Ding. Oh. Bin hier auch mitten reingerannt. So war das ja nicht geplant. Wo war das ja alles nicht geplant, hier? Ah, brennst du schon? Wo war das alles nicht geplant? Ah, ich wollte eigentlich nur da oben hin. Ah, na gut. Ich bin vom Schneematt schon total durchnässt. Oh, entschuldige bitte. Kommt halt vor. Musste durch. Na, da geht's weiter. Gefällt mir alles gar nicht. Okay. Ähm... Geht sie? Okay. Was ist denn hier für ein Radau, ey? All diese Ruinen. Was haben die Alten hier gemacht? Feind gesichtet. Ey, wie kannst du mich denn sichten, ey? Ich habe kaum Leben. Alter, was ist denn jetzt los, ey? Alter, was ist denn hier für ein Radau? Ich bin gar nicht hier. Ich bin gar nicht hier. Genau, wir sind gar nicht hier. Alter, Falter, ey. Ich bin gar nicht hier. Ich bin gar nicht so ein Radau. Na, Ratte. Oh, die Ratten. Die Ratten brauche ich leider auch. Tut mir leid. Ähm... Warte mal. Können wir nicht was machen? Wir haben zwei Fertigkeitspunkte. Herstellen, äh, Tränke. Auch Gott sei Dank Gesundheitstrank ein. Immerhin. Der ist voll. Ähm... Dann haben wir ja im Inventar noch was. Ach, Quatsch, Mann. So, Inventar. Nochmal. Schatzkisten. Hey, jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir da irgendwie klarkommen. Ich glaube, der ist einfach ein bisschen auch zu kalt hier, oder? So, wo müssen wir denn hin? Da hinten. Da ist einmal hier rüber erstmal wieder. Dann müssen wir diese komischen... ...Kultisten da... ...ääh, diese Verderber da rausbringen. Okay. Okay, was auf. Ähm... Dann lass den mal rankommen. Und dann versuchen wir den mal wegzubaschen. Man, ich muss nicht alles killen, ne? Ich muss nicht alles killen, aber es wäre schön, wenn ich alles killen könnte. Verdorbener, welche Flammen ist ein Problem. Sprengstoff wäre nice, wenn ich hätte. Ich sehe ihn nicht. Er hat gesessen. Kommt ein Wächter. Da ist ein Großer. Okay, der ist auch da. Den treffe ich niemals. Der macht mir Sorgen. Ich kann den mit Sprengsachen mit Sicherheit. Was ist das hier? Hier, Feuerfall. Stimmt hierher locken. Na, dann komm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020